Willkommen beim Tipps zur Sporternährung Chairlösungen. Hier ist Matt, ich bin dein Einkaufsführer, bitte folge mir. Heute stelle ich euch einige wundervolle Produkte vor. Es ist Power Tower, Dipstation, multifunktional mit Klimmzugstange, Push-Abgriffen. Sechs Stufen Höhenverstellung, ein paar Zugseil, Rückenlehne und Ellbogenpolster, heim und im Fitnessstudio Krafttraining. Merkmale Ein multifunktionales Gerät. Ein multifunktionaler Fitness-Turm, der Liegestütze, Dips on Station. Klimmzüge, vertikale Knieheber und andere unterstützt. Bietet unbegrenzte Übungsmöglichkeiten für Ihre Brust, Schulter, Rücken, Bauch, Arm. Beinmuskulatur Erhöhen Sie jede Muskelkraft, lindern Sie Schmerzen und einen perfekten Körperformen Für alle geeignet Sechs-Stufig Höhenverstellbar von 170 bis 230 cm, maximale Belastbarkeit über 120. KG, um den Trainingsbedürfnissen von Männern, Frauen und Kindern gerecht zu Werden Zweifellos ein Fitnessgerät für die ganze Familie Stabil und langlebig Mit seinem robusten Stahlrohrrahmen und zwei gebogenen Stabilitätsstangen Machen das stabile Stahlgestell sicher und stabil Diese verstellbare Fitnessstation ist garantiert für den Langzeiteinsatz Große Standfläche mit Rutschfesten Saugnäpfen für zusätzliche Sicherheit Komfortableres Design Der robuste, aktualisierte Fitness-Powertower hat weiche Schaumstoffgriffe Und ein rutschfestes Design für einen festen Griff und keine Blasen an den Händen Das Rückenpolster, das verdickte und breite Ellbogenpolster macht Ihr Training angenehmer Ausgestattet mit Zugseilen Das Gerät verfügt über ein paar Zugseile, die zusammen verwendet werden Können, sodass Sie Ihre Muskeln weiter stärken und gleichzeitig den Spaß an der Bewegung spüren Beschreibung Unser Power Tower ist Ihr exklusives Home-Fitness-Studio Wir achten auf die Funktionalität des Produkts, das Klimmzüge, Liegestütze und Beinheben in verschiedenen Funktionsbereichen ausführen kann Jeder Muskel Ihres Körpers kann aktiviert und trainiert werden Mit sechs Stufen der Höhenverstellung gibt es keine Bezweifeln, dass dieses Produkt die vielfältigen Fitnessbedürfnisse Ihrer ganzen Familie erfüllen kann Wir kümmern uns um Ihre Sportsicherheit und Ihren Sportkomfort Daher Verwendet das Produkt einen verdickten Stahlrohrrahmen, einen vergrößerten Unteren Saugnapf, ein spezielles Verstärkungsdesign und ein Ellbogenpolster der Rückenlehne Uns ging es um die Verspieltheit des Produkts So ist unser Produkt mit Einem paar Zugseilen ausgestattet, die andere Produkte nicht verarbeiten, damit Sie zu Hause Wasserfestigkeit wie beim Freestyle erleben können Es besteht kein Zweifel, dass sich die Professionalität dieses Produkts in Allen Aspekten widerspiegelt L ein Allrounder Für mehrere Übungen wird nur ein Gerät benötigt L verbessertes Design Das Formdesign von Basis- und U-förmigen Push-Abgriffen sorgen für die Produktstabilität L-Ergonomisches Design Das Produkt verfügt über J-förmige Armlehnen, Rückenpolster und L-Bogenpolster, die alle ergonomisch gestaltet sind, um den Sport angenehmer zu machen L-Trainingsfreundliches Design Das rutschfeste Design ist überall im Produkt zu sehen Lassen Sie uns Sorgenfrei trainieren L mit Freude trainieren Das Produkt ist mit einer Reihe von elastischen Seilen ausgestattet, die es Ihnen ermöglichen, den Widerstand des Freestyle-Schwimmens im Wasser zu Erleben, ohne das Haus zu verlassen L-Höhenverstellbar Höhenverstellbereich 170 bis 230 cm, dies ist ein Gerät für die ganze Familie L-Durchdachter After-Sales-Service Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie während der Installationfragen haben Produktspezifikationen Produktabmessung 170 bis 230 einstellbar Stern 83 Stern 125 cm Höhenverstellung Ebene 6 Rückenkissengröße 30,5 Stern 24 cm Maximale Ladekapazität 120 kg Stahlräudecke 1,2 mm Bruttogewicht 21 kg Nettogewicht 22,4 kg Verpackungsmaß 140 Stern 52 Stern 12 cm Im Laufe der Jahre ist Tipps zur Sporternährung stärker geworden und hat eine Präsenz in Deutschland aufgebaut, die unser gesamtes Sortiment sowie Ideen und Ratschläge zur Organisation, Vereinfachung und Aufräumung des Lebens bewirbt Household Storage Solutions ist eine führende Marke, die sich zum Ziel gesetzt hat, deutschen Innovative Organisations- und Aufbewahrungsprodukte für zu Hause und im Büro anzubieten, die Ihr Leben vereinfachen sollen Sie finden die gesamte Produktpalette in unseren Stores und auf unserem YouTube-Kanal weltweit Als wir A Place for Everything in sarikang.com auf den Markt brachten, hatten wir zwei verschiedene Ziele vor Augen Einzigartige hochwertige Aufbewahrungsartikel anzubieten und jedem Kunden innovative Lösungen anzubieten, die sein Leben vereinfachen und ein positives, organisiertes und inspirierender Ort zum Einkaufen und Arbeiten in Deutschland Wir haben begeisterte und leidenschaftliche Mitarbeiter, die mit dem Wissen ausgestattet sind, multifunktionale Aufbewahrungs- und Organisationslösungen anzubieten, die auf die Lifestyle-Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten und zugeschnitten sind Weil es für uns wichtiger ist, Ihr Zuhause zu verbessern Bei Großbestellungen können wir nach Ihren Wünschen anpassen und je nach Menge Sonderpreise anbieten Wenn Sie mehr als fünf zufällige Artikel pro Bestellung kaufen, erhalten Sie mehr Rabatte Für Großhandelsbestellungen wenden Sie sich bitte über belinda.jendros61.gmail.com an den Hersteller Danke fürs Zuschauen Abonnieren Sie uns, um mehr Videos zu sehen SavemaniAdvis findet Social Media Prominente und bedient die gemeinsame Auswahl von 10.000 erfahrenen Amazon-Verkäufern Helfen Sie ihnen, die Videoerklärungsmethode zu verwenden, um die Funktionen des Produkts, die wichtigsten Punkte, Verwendungsmethoden, Fähigkeiten und eine One-Stop-Lösung für die Offsite-Marketing-Probleme von Amazon-Verkäufern objektiv und wahrheitsgemäß zu erklären Wir helfen Ihnen, bei jedem Online-Einkauf Geld zu sparen Das Gleiche? Wir arbeiten mit den besten E-Commerce-Unternehmen zusammen und durchsuchen das Internet, um exklusive Coupons und Sonderrabatte in Ihren bevorzugten Online-Shops zu finden und anzubieten